Bevor zwei Standorte bewertet und miteinander verglichen werden können, sind zunächst einige Vorarbeiten zu leisten. Zuallererst sind die relevanten Standortkriterien zu erfassen. Dies können zum Beispiel der Zugang zu erforderlichen Rohstoffen, die Nähe zum Absatzmarkt oder die Verkehrsanbindung sein. Um die Übersicht zu behalten, ist es sinnvoll, die Einzelkriterien zu Gruppenkriterien zusammenzufassen. So können die Einzelkriterien Zugang zum Rohstoff und Absatzmarkt, beispielsweise zum Gruppenkriterium Marktzugang, zusammengefasst werden. Anschließend wird eine Gewichtung der Einzelkriterien bezüglich des Gruppenkriteriums vorgenommen. Beim Gruppenkriterium Markt ist zum Beispiel zu fragen, was ist wichtiger, der Zugang zum Rohstoff oder zum Absatzmarkt. Die Frage kann mit einer entsprechenden Gewichtung der Einzelkriterien beantwortet werden. Schließlich werden auch die Gruppenkriterien hinsichtlich ihrer Bedeutung für eine Standortwahl gegenübergestellt und dementsprechend gewichtet. Nach dem Abschluss dieser vorbereitenden Schritte kann mit der Beurteilung der Standorte begonnen werden. Dazu wird zunächst der Erfüllungsgrad jedes Einzelkriteriums mit Punkten bewertet. In diesem Fall wurde eine Punktskala von 1 bis 10 gewählt. Die Schrittweite beträgt 0,1. Im Rahmen der Auswertung sind die Punktwerte zu gewichten. Jeder Punktwert ist dazu sowohl mit der Gewichtung des Einzelkriteriums als auch mit der Gewichtung des Gruppenkriteriums zu multiplizieren. Addiert man die so ermittelten Bewertungen der Einzelkriterien, so ergibt sich als Summe jeweils ein Nutzwert eines Standortes. Mit einem Nutzwert von 6,86 wäre demnach der Standort B zu bevorzugen. Zum Vergleich, ein idealer Standort hätte ein Nutzwert von 10.